Es ist immer schon am Abend vorne, wenn man weiss, dass man in die Alpe rauf geht und man hat das Gefühl, wenn man das Vieh tricheln hört. Das ist die Energie des Tieres und mit dem Menschen zusammen. Das ist etwas so urtümliches, das man nicht beschreiben kann. Das ist einfach etwas Schönes. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Die Herbstsonne scheint nun mal. Gleich schon gibt es den ersten Schnee. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Wir jutsen uns und stossen uns an. Auf guten Käse und gesunde Vieh. Und wenn jemand denkt vorbei, wieder ist ein Jahr vorbei. Wie schön der Sommer doch war. Und wenn jemand denkt vorbei, wieder ist ein Jahr vorbei. Auf dass es klein wird Frühling sein. Jetzt bin ich schon etwa 40 Sommer hier oben. Ja, und das sind Erinnerungen, die Emotionen wecken. Das war mit dem Daddy oben, den Kaffee trinken, nachher das Vieh abgetrieben, gehofft, dass alles gut geht. Ja, und heute bin ich mit der Schwester jung, mit dem Bräder jung. Da ist immer noch Familie. Und das ist doch etwas Herrliches. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Wir entgewärmt jeden Tag. Doch langsam kommt mit mir zur Ruhe. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Alles ist voll trichelnd Klang. Es geht und raten dürfen zu. Und wenn jemand denkt vorbei, wieder ist ein Jahr vorbei. Und wenn jemand denkt vorbei. Und wenn jemand denkt vorbei, wieder ist ein Jahr vorbei. Auf dass es klein wird Frühling sein. Und menge Älpler denkt dabei Wieder ist ein Jahr vorbei Wie schön der Sommer doch war.